Martina Reuter sprach bei Guten Morgen Österreich humorvoll über ihre Vorlieben in Beziehungen und verriet Details zu ihren bevorzugten Männertypen. Martina Reuter, 44, sorgte auch diesmal bei Guten Morgen Österreich für gute Laune, als sie neben ihren Modetipps im ORF offen über ihr Beziehungsleben sprach. Nachdem Beziehungsratschläge von Gerti Sänger, 81, thematisiert wurden, wollte Moderator Patrick Butken, 41, wissen, gleich und gleich gesellt sich gerne, oder Gegensätze ziehen sich an, was stimmt jetzt, Reuter antwortete prompt, bei mir kompletter Gegensatz. Und fügte lachend hinzu, ich hab meistens ganz ruhige Männer. Butken scherzte daraufhin, das heißt, der Mann ist klein und ganz schwarz angezogen, doch die 44-Jährige stellte sofort klar, also klein, ganz ehrlich, nein, ich bin groß, bei mir haben ehrlich gesagt nur große Männer eine Chance. Für sie müsse ein Mann mindestens 1,85 Meter groß sein, um ins Gespräch zu kommen. Das mag ich schon, das sag ich auch ganz ehrlich, erklärte sie dazu. Mit einem Augenzwinkern bemerkte Reuter außerdem, dass die großen Männer in ihrem Leben meist ruhig seien. Wenn die auch so viel wie ich wären, dann reden wir gleichzeitig, das geht gar nicht, hieß es von ihr weiter. Dann hört man nichts mehr, kann sich auch Butken die Situation gut vorstellen.